Ja, wir sind im 7. Platz, über die 400 Meter hat man geanlauft, wie man da anderer als Agnes Schrodi. Dritter Versuch über 4,11 Meter. Agnes, du schaffst das, während ich mich auf die Landfahrer konzentrieren muss, auf der Offenbahn. Lina Milster von Liederrecht, Amplains Reformation, das ist Lina Durecht. Und Lina Milster geht als erstes in die Innenwahl. Während Agnes den Sprung kurz nachgekommen hat. Lina Milster geht als erstes in die Tadouille. Und ich schaue ihn auf. Lina Milster ist hier ganz auf und er hat diese Tadouille. Und ich schaue ihn auf.